Hier haben wir die Hydraulik. Wenn ich etwas reinmacht hier, dann spannt er automatisch und dann fährt Zägel herunter. Sie können hier die Schnittgewinnigkeit einstellen. Und wenn er unten ist, je nachdem wie ich siehst, dass sie runter ist, dann löst er es. Geht hoch. Und wenn er oben ist, entspannt er den Schraubstock. Jetzt macht er den Schraubstock aus. Und dann steckst du das Material nachschieben hier auf den Anschlag. Und dann macht Spannendführer, macht das Zuhl herunter. Je nachdem mit der Zwischenzeit was sie einstellen. Jetzt können wir die Höhepern anstrengen. Dann kann er die Höhepern anstrengen. Dann sch leer das Zuhl ab. Vielen Dank.